Sie haben endlich Ihr Traumobjekt gefunden. Doch können Sie sich das auch leisten? Können Sie die strengen Tragbarkeitsrichtlinien Ihrer Bank erfüllen? Vielleicht sind Sie auch schon an Punkte angekommen, wo Sie feststellen mussten, dass das eine oder andere Objekt für Sie zu teuer ist. Warum? Die Liegenschaftspreise für Eigenheime sind in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Gleichzeitig sind Nominallöhne vergleichsweise wenig angekauft worden. Und obwohl die Hypothekarzins extrem gesunken sind, können sich immer wie wenige Personen Eigenheime leisten. Das liegt daran, dass die Banken bei der Finanzierungsprüfung nach wie vor die gleichen, starren und strengen Kriterien anwenden, um die kalkulatorischen Kosten von Ihnen zu berechnen, ohne dabei das veränderte Marktumfeld zu berücksichtigen. Die kalkulatorischen Kosten setzen sich zusammen einerseits aus der Zinszahlung, die mit 5% in der Regel berechnet werden, andererseits aus allfälligen Amortisationspflichten, sprich die Rückzahlung der Hypothek und in der Regel 1% vom Kaufpreis wird als Unterhalts- und Nebenkosten einberechnet. Der Hypothekarmarkt ist zum Glück im stetigen Wandel. Es gibt neue Anbieter, die mit innovativen Lösungen den Markt erobern und auch Ihnen als Kunden neue Lösungen ermöglichen. Wenn zum Beispiel die Tragbarkeit bei der Hausbank zu hoch ist, dann gibt es immer noch andere Anbieter, die nicht nur den Fokus auf die Tragbarkeit allein legen, sondern auch auf Ihre gesamte finanzielle Situation. Dabei spielt beispielsweise nicht nur die Höhe des Einkommens eine Rolle, sondern auch das mögliche Steigerungspotenzial, das Alter des Hypothekarnehmers oder der Zustand der Liegenschaft. Und das heisst, dass sich plötzlich das Objekt, das am Anfang unerschwinglich gewirkt hat für Sie, sich plötzlich leisten. Das sind doch alles super Neuigkeiten für Sie als Hypothekarnehmer am Markt draussen. Das heisst, wir haben bei der Tragbarkeitsberechnung mehr Flexibilität, mehr Anbieter und vielleicht auch mehr Möglichkeiten für Ihre Finanzierung. Aber der Hypothekarmarkt ist extrem gross und unübersichtlich. Je spezieller Ihr Finanzierungswunsch, desto schwieriger wird es, den richtigen Partner für Sie einzufinden. Gehen Sie so nur auf Ihre Hausbank zu, laufen Sie Gefahr, dass die Finanzierung für nicht möglich erklärt wird und Sie so den Traum von Ihrem Wunschobjekt begraben müssen. Wenn Sie aber zu uns kommen, zum Moneypark, dann schauen wir nicht nur die Angebote von Ihrer Hausbank an, sondern wir schauen aus über 100 anderen Anbietern, wo das für Sie die richtige Lösung verfügbar ist. Damit wir so auch in einer speziellen Situation die Finanzierung sicherstellen können. Wir freuen uns, Sie bald bei uns begrüssen dürfen.